Ja, gerade schlechtes Hatter. Denn da oben kommt man nicht drauf. Ich würde hier noch höher kommen. Das probieren. Ah, 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 ah. Hier in der Ecke vielleicht. Ich komme da nicht drauf. Ja, hier keine Chance. Und das erscheint mir doch zu weit bis dahin. Ich könnte es höchstens bei dem Teil hier versuchen. Und hier hochhüpfen. Oh, guck mal in der Schau. Gut getan. Gut versteckt. Wäre eine farbe Swap Depot. Noch so ein Swap Depot. Hier geht es dann auch nicht mehr hoch. Okay, aber wir müssen in die Richtung. Oh nein. Wir brauchen mal eine Pause. Vielleicht liegt da ja auch irgendwo was rum. Wo ist denn da so ein vereinzelter? Nein, der ist noch nicht ausgegangen, das ist alles. Da scheint er sich ganz gut drauf zu halten. Was rüsst du eigentlich? Asche. Ist das hier alles Asche? Deine Ecke noch was? Nein. Ich muss jetzt zumindest bis dahin. Vielleicht sogar bis dahin kommen. Hier oben auch. Gut. Nicht mal noch da rüber. Nicht mal noch da rüber. Was ist das? Das ist aber schon aktiviert, oder? Oder ist das ein... Schatz? Ne, ich glaube es ist eine aktivierte Kugel. Lutscht mal so lang. Was ist das? Ja, jetzt sehe ich es. Komisch. Wenn nicht so, ist es weiter weg und hier am Rand ist es näher dran. Jetzt sehe ich, das ist ein aktivierter... Plurt-Aktivator. Und wo war jetzt das? Das war doch... Das müsste direkt hier drunter sein. Oder doch an der Seite? Ich könnte mich so langsam fallen lassen. Am besten hier rückwärts fallen lassen. Und das Ding hier mal wieder benutzen. Wirst du stellen, dass ich nicht wieder hochkomme? Ach shit, jetzt bin ich wieder ganz unten. Hau da. Weg! 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 Ich bin kein Futter. other. Nee, das war da oben. Ich hab grad noch so ein, so ein Terrordings da gehört. EH, da sind die... Nein, die sollen mich jetzt mal Pasyle nicht interessieren. Es war genau hier an der Seite und vielleicht kommt man durch die schickte Schwingen hier hoch. Was ist das Schiff, genau, nix? da oben da kommt man auch nicht drauf hier an der seite ich bin ich hier so in der halte rum ich glaube ich nicht schaufe ne hier bleibt man dann immer nicht drauf sondern rutscht da ab ja irgendwann muss ich ja noch mal eine andere aufgabe drum laufe ich hier eigentlich rum diese rankports irgendwo ziemlich am anfang runterbringen irgendwo müsste er nicht runterfallen aber ich möchte mal runter gucken ist hier schon jemand anderes runter gefallen das so das so mal das wow w die Das ist eigentlich lang, ja, auch lang. Da durch, glaub ich. So, durch, komm ich da durch? Ja, ich bin da durch. Ja, ich bin da durch. Ja, ich bin da rum. Ja, ich bin da durch. Das ist so ungemütlich. Da ist ja noch einer. Beziehungsweise, den hab ich auch schon versorgt. Und der hat auch so'n, so'n Rank-Plot. Irgendwo muss noch einer sein. Irgendwo versteckt sich noch. Da ist noch einer. Da haben wir ihn. Komm. Die Quelle aktiviert. Oh, du brennst ja. Komm, ich lösche dich. So wie die Geschichte ist, ist das vorbei. Ja, und der ist auch ziemlich in der Nähe von... Ich geh jetzt mal da wieder hoch. Ne, von woher bin ich immer gestartet? Genau. Ja. Später dann. Und da hinten hin. Genau. Es darf mich halt nur nix treffen. Da hab ich auch keine Wart... Lust zu warten, bis der Sturm vorbei ist. So, und oben auf dem Dach. Na komm, lad dich auf. Und jetzt ist die Quelle auch scharf. Wunderbar. Jetzt kann ich mir mein Wasser bestreuen. Mal gucken, ich glaub da ist was. Ist das nicht so? Ne, ist nicht so ein Teil. Ah, da ist was. Jetzt war die Zeit vorbei, aber... Das macht nix. Kann ich schon mal gucken. Und denn noch was wäre. Also eventuell wäre... hier noch irgendwas. Guck mal, ich komm da ja auch wieder hoch. Das ist ja so spendig. Eventuell wäre hier noch irgendwas. Ich kann versuchen, von hier aus da... Das da zu treffen. Das müsste ich eigentlich gut treffen können. Nein. Halt ein bisschen mit der Ecke aufpassen. Ja, ich guckee das nicht. Ja. Ich guckee das nicht. Und wo so eine Psehre ist, äh, mit dem Umkreis ist natürlich nicht nochmal eins. Was wir jetzt gebräuchten, brauchen könnte, ist, die Karte aufmachen, hier irgendwo sagen, ich setze ein Ziel. Das ist aber bei Borderlands so. Das erinnert mich auch ein bisschen nach Borderlands. Ich setze mir ein Ziel und sehe das. Und dann kann ich straight drauf zugehen. Also muss ich immer so ein bisschen gucken, wo ist das? Ist hier noch was? Hier könnte noch was sein. Ich seh nur nichts. Das muss ich mal so gut machen. Ich komme wieder zurück. Ich guck, da ist. Da ist noch was. Ich werde einfach mal in die Richtung laufen. Und einfach mal drauf hocken, dass in dieser Richtung am Ende das ist. Das ist nichts. Jetzt bin ich ganz unten. So, hier habe ich beide Schlüsse. Ah, sechs von 22 Geheimnissen. Also da sind auch reichlich Geheimnisse. Aber hier ist schon mal grüner. Aber eigentlich wollte ich ja hier nur einfach durch, um zu den Antikern zu gehen. Ich könnte mir fast noch ein Ding kaufen, oder? Habe ich denn noch so viel Indigo? Und das müsste ich feststellen können, indem ich irgendein Ding aufbauen. Jetzt müssen wir noch mal Indigo holen. Dann kann ich mir noch malen. Na ja, mal gucken. Ich will jetzt erstmal hier in die Stimme anziehen, in den Antikern. Und hier gibt es wirklich noch ein Gordeaux, den ich nicht gefüttert habe. Hier bin ich ja durch. Da habe ich sie alle. Da habe ich sie. Aber ich glaube, da auf dieser Insel, da habe ich noch ein Tresor. Den will ich natürlich auch noch machen. Äh, da habe ich sie alle. Hier sind meine Maschinen, um das Indigonium zu fördern. Und hier irgendwo ist noch einer. Irgendwo muss ich noch ein Tresor. Ich werde mir überlegen, wo war ich denn noch nicht? Ich bin immer hier straight. Hier war ich noch nicht, aber ich glaube, da kommt man auch nicht hin. Hier nicht. Irgendwo an den Rändern. Der eine war ja hier, ne? Dann ist der andere vielleicht hier. Oder da. Ich bin nämlich hier immer diese Brücke. Hüp, 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 hüp. Und dann hier so lang. Nein, ich würde mich mal hier so ein bisschen orientieren. Da war ich nämlich noch nicht. Oder einfach mal ein bisschen durch die Gegend laufen. Schätze habe ich nämlich auch noch reichlich zu finden. Ich habe erst 5 von 14. Also habe ich noch 9 zu finden. Aber ist nichts Tolles drin, ne? Also lohnt sich eigentlich nicht. Aber das kann man halt so als Extra-Sport ansehen. Da ist nix. Da war ich nämlich noch nicht hier, wenn ich das weggehe. Da könnte ja so ein Gordo stehen. Gönnte, gönnte Fahrradkette, ne? Da muss ich ja hier so lang. Und da hinten war ich noch nicht. Da komme ich nicht lang. Wow, 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 wow. Da muss ich nicht hier lang. Da muss ich nicht da oben lang. Da ist ein cooler Blick. Ach, bitte. War ich da schon mal drin? Das ist gar kein Umschalter, das ist so. Ich glaube, man kann mal eine Frucht reinhauen. Dann kommt ein anderes. Dann kommt ein anderes. Dann tut mir gerade nix. Was passiert eigentlich, wenn man hier nen Rank-Float? Ich glaube, hier können wir noch Früchte draufschmeißen. Was ist denn eigentlich da oben? Ich glaube, da war ich da oben. Ist das ein Schalter? Nein, nicht, dass da unten irgendwas versteckt ist. Jetzt bin ich hinten am Befehl. Und der wäre... vielleicht da hinten schon. Da könnte ich mal landen. Erstmal gucken, was hier noch ist. Ja, das ist das große Becken. Und das hier ist. Wo ist denn es jetzt nicht? Ich bin hier durch. Weiß nämlich nicht, ob ich da schon mal war? Doch, doch, da war ich schon. Ja, da war ich schon. Aber war ich da auch schon mal durch? Hier unten war ich noch nicht. Ach, da komm ich einfach nur da runter. Da könnte noch was sein. Ich wollte ja mal... Ich geh jetzt mal hier hin. Ich habe das letzte Mal auch schon eingesehen. Und hier ist was da ist das. Und hier ist das. Jetzt bin ich noch auf. Und was da dann? Ich bin noch auf. Na jetzt bin ich ungefähr da, wo ich bin. Allerdings... Ich bin noch auf. Da oben? Ich guck mal da oben hin. Ich bin noch auf. Und da oben bin ich auch mal drauf. Ich will da mal hohen Raum. Ich bin noch auf. Komm mal gucken. Na, wie soll ich da oben drauf kommen? Ich guck jetzt nicht, dass da was ist. Hm? Hm, das ist reich. Und wenn ich da oben drauf wäre, könnte ich noch da drüber. Aber ich glaube nicht, dass da was ist. Das ist noch mal so eine Wand. Da oben die Wand. Ich will dich da mal hin. Diese Wand mal runter lassen. Ich weiß nicht, ob das von der Höhe reicht. Ich guck mal da oben. 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 Hä? Das ist gar nichts oder was? Jetzt will ich auf jeden Fall nach da oben. Wenn ich da oben bin, komme ich auch nach da oben. Irgendwo muss ja noch dieser Dings da versteckt sein. Ja. Ich sehe doch da oben auch was. Ach ne, war nur soe einnomacho. Vielleicht da oben hin. Ich kann nicht auf die Spitze stehen. Weißt du nicht, ob Sie auf die Spitze stehen? eh, den du gucke. Jetzt muss sie noch hier oben sehen. Jetzt muss ich nicht noch hier hier. Oh, nein. Oh. und dann kann ich... doch hier oben äh... fail mach mal her, ob die Dings da... das könnte schon hier reichen eigentlich und was ist hier? das ist nochmal so ein Baum hier war ich da auch schon wenn man hier rein schneißt, kommt unten eine... ne Phasenzitrone... da komm, da nehmt nix endlich und jetzt wollte ich von hier aus da hoch dann müsste ich erstmal hier irgendwo hochkommen da muss ich nicht dann ist das nicht einfach auch Prozent den Filmstuhl erst auf den da und dann darüber und da Prozent vielleicht ist er ja auch gar nix guck mir dann auf, komm, wo hörst du dann auf, komm, 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 nur auf, Millimeter, Millimeter, nur noch, komm, äh ja, 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 ja das ist nichts festes, da darf man nicht, wenn ich mich hier drauf stellen, und hier? auch, da muss man hochkommen, da ist ein Schatz, den hab ich grad gesehen, ein Schatzkopf und auch die Hasenbäume kann man nicht sehen das ist das höchste hier, aber das ist zu niedrig und hier gibt's auch nirgendwo einen kleinen Punkt, der bisschen tiefer liegt äh? keine Ahnung, als ich's leer war, gab's ein extra boost kristallleuchter, jetzt komm ich hier drauf oder auch nicht ganz wenn man halt irgendwo stehen, wo es flach ist jetzt könnte ich da rüber oder versuch's erstmal nach oben hin, aber da ist ja nichts auch von da komm ich auf jeden fall sicher und da ist rein gar nichts das ist erforscht ach Leute da bin ich ja ich das ist das ist das ist das ist Vielen Dank.